Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra Team und ja, wir befinden uns in den letzten Atemzügen der PS3. Ich habe richtig Bock auf die PS4, es sind nur noch vier Tage. Ja, Freitagmorgen werde ich vor einem Laden rumgammeln, wer mir Gesellschaft leisten will, ne. Könnten mal gerne vorbeischauen. Nein, Quatsch. Wir wollen hier ein Team bauen, wir wollen kein Spiel spielen, sondern ein hübsches Team bauen. Und ich finde es wirklich hübsch und ich hoffe auch, dass es sich hübsch spielen lässt. Dann gucken wir mal hier. Da, Create New Squad. Und dann machen wir hier mal, wir nennen das, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm, hm, I know. So, ja, keine Ahnung. Was weiß ich, ist ja auch ziemlich Latte, wie das Ding heißt. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier ein eigenes Quad. Und wir spielen diesmal nicht in einer Viererkette, sondern in einer Dreierkette und zwar in einer 3-5-2. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was der Titel euch für Spieler schon verraten hat. Ich habe es schon mal gesagt, also ich würde euch wirklich saugerne überhaupt keinen Spieler verraten, sondern einfach nur das Team für euch bauen und ihr müsst dann halt sehen, was reinkommt. Aber ihr müsst halt schon ein bisschen den Aspekt verstehen. Ich will natürlich immer mehr Zuschauer erreichen. Also, ich meine, es fängt keiner so richtig mit YouTube an, um einfach mal Spaß am Video aufnehmen zu haben. Weil dann könnte man auch einfach ein Video aufnehmen und es sich den ganzen Tag auf der Festplatte angucken. Natürlich geht es im Endeffekt auch darum, dass ich versuche, mehrere Leute zu erreichen, die Spaß an den Videos haben eventuell. Und ja, deswegen muss ich ab und an mal so wen in den Titel mit reinschreiben, was interessante Spieler jetzt betrifft, mit die Leute vielleicht die Videos einfacher finden über die Suche. Ihr seht jetzt schon, es sind da ein paar Coins weniger. Das kann ich euch auch kurz zeigen. Ich meine, ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe hier, keine Ahnung, wie viele Torosidis-Inform für alle um die 10.000 rumgeholt. Also maximal 10.500. Ich hätte es auch günstiger kriegen können, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe gestern Abend einfach Torosidis maximal 10.500 eingegeben, bieten und habe einfach bis, ja keine Ahnung, hier ist jetzt nur einer, der läuft noch einen Tag. Den wollte ich eigentlich, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf bieten. Aber ich habe einfach mal, ja, auf einige 10.000 drauf geboten. Und ja, die sind jetzt bei rumgekommen. Die werde ich jetzt auch erstmal ein bisschen schimmeln lassen. Also ist jetzt auch kein Problem, weil die Coins, wie gesagt, ich habe mit anderen Accounts traded. Ich habe eigentlich nur, mit dem Account trade ich eigentlich gar nicht. Aber jetzt war ich gestern Abend halt hier dran und habe mir gedacht, ach scheiß drauf, ja, dann kaufen wir hier auch noch ein paar Torosidis drauf. Ich habe auf anderen Accounts auch noch ein paar. Und ja, da kannst du fast keinen Fehler machen bei dem Junge. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wenn du den jetzt hier abstoßen würdest. Ich glaube, dann gibt es so 9.600, oder? Ich weiß es jetzt nicht. 9.500 gibt es dafür. Ja, sagen wir mal jetzt übertriebenermaßen, die würden sogar, ach so, scheiße, ich muss den ja irgendwie in den Club machen. Ähm, mache ich mal in den Club. So, sagen wir mal jetzt übertrieben gesagt, der würde noch nicht mal mehr 10.000 bringen. Das heißt, der würde unter 10.000 sinken. Ja, super, da mache ich vielleicht 10.000 Verlust oder sowas. Äh, ja, aber das wird auch nie passieren. Deswegen habe ich hier überhaupt keine Probleme, die hier alle für 10k mitzunehmen. Werd wahrscheinlich auch noch ein paar kaufen. Auf anderen Accounts habe ich auch noch ein paar. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich habe natürlich auch auf anderen Accounts andere Info-Spieler von diesem Team of the Week. Aber dazu gibt es dann was im Team of the Week Trading Video. Eventuell könnte das sogar schon draußen sein. Weil ich habe mir überlegt, dass ich die vielleicht montags bringe. Ja, ich weiß noch nicht. Aber jetzt geht es jetzt erstmal um das Team hier. Ich bin hier am schwätzen, obwohl wir hier eigentlich ein Teambuilding machen wollen. So, und da gebe es als erstes unseren Torwart. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich den nicht vielleicht schon habe. Ich gucke lieber mal. Wir haben irgendwie so viele Spieler schon wieder im Verein. Ich würde am liebsten erstmal was losbekommen. Ich gucke jetzt erstmal. Äh, den haben wir nicht. Okay, da müssen wir ihn doch kaufen. Kaufen? Ja, wir kaufen jetzt mal den Torwart. Und der heißt Ika Casillas. So, es ist ein kleines Hybrid. Und es wurde um zwei ganz besondere Spieler gebaut. Und der dritte, der dann irgendwie doch noch besonders wurde, der war erst gar nicht geplant. Aber ich habe mir gedacht, der könnte da ganz gut reinpassen. Aber jetzt erstmal hier Casillas. Und was kostet der Junge? Mal schauen. Der kostet 38.000. Immer noch. Und da gebe ich ihm am besten mal... Ja, keine Ahnung. Ich gebe ihm, glaube ich, mal Clove. Ich gebe ja jedem immer die Katze. Dann gebe ich ihm jetzt mal Clove. Machen wir mal 39.000. Vielleicht finden wir da einen Clove. Foothead-Preise stimmen ja meistens eh nicht. So, 38.000, 37.000, etwas. Ja, komm, nehmen wir den hier. 37.750. Passt. So. Dann brauchen wir natürlich noch einen Innenverteidiger. Und der heißt, erstmal ein jedenfalls, Ramos. Das heißt, wir bauen da so einen schönen Perfect Link auf. Zwischen Ramos und Casillas. Ja, ich denke, für eine Dreierkette ist Ramos sehr gut geeignet. Er hat eigentlich die Werte dazu. Er ist halt schnell und trotzdem sehr defensiv stark. Und ja, ich denke mal, deswegen passt er ganz gut da rein. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal in einer Dreierkette gespielt. Und da war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Kostet anscheinend auch so viel. Was geben wir ihm Sentinel eigentlich? Weil schnell genug ist er im Prinzip. Im Prinzip muss man ihm gar nichts geben. Hm, aber ich gebe ihm trotzdem Sentinel. Ja. Das bringt es, Massive, was du hier schwätzt. So, zwei Stück da. 39.250. Ja, nehmen wir den hier mit. Mit 12 Verträgen. Komm, scheiß drauf. So, vielleicht zu teuer. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt Latte. Ich nehme jetzt einfach den günstigsten mit und gut ist. Wenn er jetzt irgendwie 100.000 gekostet hätte, ja, dann hätte ich mich vielleicht doch mal umgesehen, ob das auch alles so stimmen kann. Ja, jetzt haben wir einen Verteidiger. Einen Verteidiger von den dreien haben wir auch schon im Verein. Aber einen müssen wir noch kaufen. Und das wird wieder Benatja sein. Und zwar Benatja in Form. Müssen wir mal gucken. Machen wir mal hier den Minimum Buy Now Price ein wenig höher. Na. Na. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Mal gucken, wie viel er jetzt momentan geht. 51.000. Ja. Ich glaube, gerade zu dem Team of the Week habe ich leider keinen Trading-Tipp gemacht. Das tut mir wirklich leid. Ich habe zwei Leuten im Skype auch gesagt, dass ich auf jeden Fall Benatja kaufen würde. Weil den hast du für unter 35.000 bekommen. Und wenn er jetzt wirklich wieder auf 51.000 ist, dann wäre das natürlich ziemlich nice. Kann jetzt natürlich auch ein Fail sein von Foothead. Weil vor allem bei Informs kommen auch des Öfteren falsche Preise raus. Aber er scheint auf jeden Fall schon mal schön gestiegen zu sein. Sorry, dass ich euch den Tipp nicht mitgeben konnte. Aber in der Woche war es einfach so stressig, dass ich den Team of the Week Trading-Tipp einfach nicht rausbekommen habe. Aber das wird ja jetzt wieder losgehen. Hier 47.750. Ja, das ist hier ein guter Preis. Den nehmen wir mit. Der Benatja in Form. Wie gesagt, also der Sprite aus dem Forum, der hatte mich nämlich, wo dieses Team of the Week am Auslaufen war, hat er mich in Skype angeschrieben, meinte so zu mir, was meinten, wer man so mitnehmen könnte. Habe ich mal ganz kurz drüber geschaut. Und da habe ich halt gesehen, Benatja, oh, 35k. Der hat eigentlich richtig pornöse Werte. Serie A dazu noch 83er Rating. Es war eigentlich klar, dass er steigen wird. Und ja, natürlich hätte ich euch das auch gerne mitgeteilt. Mit ihr da auch was hättet gewinnen können. Aber irgendwie ist zwar irgendwie echt keine Zeit da. Aber das soll jetzt ja wieder losgehen mit den Info. Team of the Week Trading-Tipps, sagen wir es mal so. Und ja, deswegen macht euch da keine Gedanken. Da werden noch genug Tipps kommen. Vor allem, wenn jetzt die PS4 da ist, dann wird es auch wieder interessanter. Dann wird das Team of the Week Trading um einiges besser laufen. Glaubt es mir. Sage ich jetzt einfach so. So, jetzt machen wir mal hier die Verteidigung rein. Hier seht ihr es schon, Chiellini ist mal wieder mit am Start. Aber ja, um dieses Team zu machen, wie gesagt, hier ging es mir auch eher nicht unbedingt darum, jetzt so viel Neues zu spielen. Auch wenn eigentlich. Ich gucke mal ganz kurz drauf. Also, wir kennen drei Spieler sehr gut, will ich mal sagen. Und davon ist Chiellini einer. Aber ansonsten sind das eigentlich, ja, insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf komplett neue Spieler. Und sonst kennen wir einige ein wenig. Zum Beispiel wie Benatja in Form haben wir jetzt auch nicht so lange gespielt. Genauso wie Ramos und Casillas. Aber, wie gesagt, drei Spieler, die kennen wir dann schon ein wenig intensiver. Aber ich denke mal, das Team sieht dadurch auch ganz gut aus. Weil ich meine, ich hätte jetzt hier natürlich auch irgendwelche Krücken hinstellen können, nur weil wir sie noch nicht gespielt haben. Aber da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Jo, deswegen jetzt steht es erstmal so. Und dann machen wir jetzt hier gleich im ZDM weiter. Weil da kommen nämlich dann die beiden Jungs, die wir leider Gottes wieder brauchen. Und das ist einmal De Rossi und einmal ein ZM. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, wen. Nämlich Marquisio. So, aber das war es dann auch. Jetzt kommen eigentlich nur noch interessante Spieler. Außer rechts vielleicht. Rechts ist vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ansonsten ziemlich geile Spieler. Und da kaufen wir dann erstmal das rechte Mittelfeld, würde ich sagen. Weil, ich habe ja schon angedeutet, der ist vielleicht nicht ganz so interessant. Aber ist eigentlich auch ein guter. Ich denke, der könnte gut im 3-5-2 abgehen. Nämlich Angel Di Maria. Und den kaufen wir für... Ah, scheiße. Ich habe ihn jetzt hier gerade gar nicht drin. Naja, da muss ich mal selber filtern. Ich glaube, das letzte Mal war er so auf 35.000 rum. Schauen wir mal nach. So. Ja, das ist ein bisschen viel, denke ich mal. Gehen wir mal so auf 37.000. Nee. Ja, Di Maria ist echt teuer. Muss man schon sagen. So, da haben wir jetzt aber ein paar Angeln. Joa. Schauen wir mal nach. So ein bisschen runter noch. 38. Joa. Drei Stück. Und wir brauchen natürlich als RM... Hier gibt es einen als Architekten. Pass und Heading. Naja. Nee. Ich nehme ihn mal so mit und gebe ihn irgendeinen Chemistry Style. So, ist vielleicht sogar ein frischer. Mal schauen. Nee, nicht ganz frisch. Hat schon ein Spiel gemacht. Echt schade, Mann. Aber naja. So, oh, da kam gerade ein Marksman rein. Nein. Mich interessiert jetzt einfach, wie teuer er ist. Okay. Weil manchmal passiert das. Dann kommt irgendwie einer rein. Und vor allem, habt ihr das gesehen? Der war schon 53. Minute. Es kotzt einen halt wirklich so an, dass FIFA das hier nicht anzeigt teilweise. Das ist echt so stressig. Aber naja. Was willst du machen? Jetzt kommt der zweite in Form. Und der ist Silber. Ja. Er ist Silber. Und der heißt El-Zar oder sowas. Hier da. Nabil El-Zar. Und der kostet, hier steht auf Futhat 50.000. Gucken wir mal, ob das stimmt. Ob der Nabil wirklich so viel kostet. Vielleicht können wir auf ihn natürlich bieten. Mal gucken. Erstmal gucken, was er so Sofortkauf kostet. Oh, 49.750. So steht auf Futhat. Achso, ja. Man sollte natürlich die normalen rausfiltern. Aber man hat schon gesehen, dass es auf jeden Fall auch Informs für den Preis gibt. So. Ich denke mal, jetzt müssen die raus sein. Dann gucken wir mal. Ja, gibt es zwei Stück. 47.750. Ich glaube, den machen wir schnell auf die Beobachtungsliste. Dann nochmal hier alles raus. Dann nochmal schnell hier den Zar rein. Ah, Zar. Da ist er. Nabil El-Zar. Und dann gucken wir jetzt mal kurz ohne Filter, ob da vielleicht gerade irgendwas richtig billiges ausläuft. Hier definitiv nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ne, komm. Den nehmen wir mit. Scheiß drauf. Max-Man. Ne, Maestro passt auch noch dazu. Den nehmen wir. Komm her. Da ist er. Der Herr El-Zar. Mit Maestro. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch um drei Spieler da vorne. Und da kann ich euch sagen, die habe ich alle drei schon. Und ja, ich würde mal sagen, die gucken wir uns gleich mal an. Ich muss hier nebenbei nochmal ganz kurz was aufmachen. Weil ich muss euch gleich was sagen. Hört sich komisch an, aber ist so. Äh, wartet gleich. Ähm, nimm, nimm, nimm. Da nicht, da nicht. Da auch nicht. Äh, ach so. Da. Jetzt habe ich es. So, jetzt können wir wieder ins Team gehen. Ja, es war jetzt ein bisschen verwirrend für euch. Aber ihr werdet gleich vielleicht merken, warum ich jetzt hier irgendwas rumgemacht habe. Also, erstmal hier kurz Angel Di Maria in die Kiste rein. Da ist er. Auf die linke Seite den Herrn El-Zar. Und jetzt kommen die drei Hauptspieler dieses Teams. Und dann fangen wir mit dem ZOM an. Hier ist er jetzt endlich. Der Totti. Ja, wir stellen ihn jetzt mal ins ZOM. Ich bin mal gespannt, wie er spielt. Seine Werte lassen ist eigentlich zu. Ich meine, in der Zentrale muss er jetzt nicht ganz so schnell sein. Er muss halt schießen, passen und dribbeln können. Und das kann er halt im Prinzip alles. Deswegen bin ich gespannt, wie er so spielt. Ich habe 82.500 für ihn bezahlt. Ja, ich bin echt gespannt, wie er so abgehen wird. Und jetzt hier vorne sind die beiden Babys, die ich nicht gekauft habe. Deswegen habe ich jetzt eben auch da rumgemacht. Nämlich El Arabi zum einen. Und zum anderen kommt noch El Hamdawi oder sowas. In die Richtung. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich das aufstelle. Hier seht ihr schon mal alle natürlich volle Chemie. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie rum ich es mache. Die sind beide 1.83 groß. Mehr Heading hat aber El Arabi. Deswegen lasse ich den mal rechts hier. Ja, jetzt gucken wir uns die... Achso, genau. Bevor ich das vergesse natürlich. Diese beiden Jungs habe ich nämlich geliehen bekommen. Ihr seht das hier schon. Trade Offer, Trade Offer. Und zwar habe ich die geliehen bekommen von dem Herrn Moritz Gera. Und ich soll noch einen schönen Gruß an Jonas Wagner rausschicken. Das mache ich doch hiermit. Schönen Gruß, Jonas. Jo, Junge. Ja, so sieht das aus. Er hat mir das angeboten. Beziehungsweise erst hat er gesagt, hier, willst du mal El Arabi testen? Habe ich mir gedacht, jo, ist mal ziemlich nice. Weil der Kerl, der kostet auch 350.000 oder so. Und jetzt zum Testen ist es natürlich schön, wenn wir das nicht ausgeben müssen. Und der Hamdawi, der kostet, glaube ich, auch ein bisschen was. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel. Ich gucke mal kurz hier, Foothead. Da habe ich den drin. Der kostet nämlich auch fast 250.000. Und ja, das sind halt zwei Spieler im Wert von knapp 600.000. Für Silber natürlich schon ganz schön heftig. Allerdings haben sie auch heftige Werte. Und das gucken wir uns jetzt an. Erstmal hintenrum, wie immer. Kennen wir ja. Da hätten wir... Oh, erstmal hier wegmachen. So, na, komm, mach dich weg. So, jetzt geht's weiter. So, Ika Kassias, den kennt man. 86er Rating, 89 Diving und 90 Reflexe. Natürlich seine, ja, seine besten Stats, würde ich mal sagen. 80 Handling dazu, nur 65 Speed, 81 Positioning. Nur sein Abschlag halt miserabel. Und er ist nicht der Größte. Chilini, aber ja, da... Boah, wie oft hatten wir ihn schon? Also da muss ich eigentlich nichts mehr drüber sagen. Ich finde ihn sehr stark. Er macht kaum Fehler. Er ist schnell defensiv stark und kopfballstark. Dazu noch sehr gute Workrates mit Medium High. Dann haben wir Benatja in Form. 74er Pace, 88 Defending, 82 Heading. Auch Medium High Workrates. Und er ist, glaube ich, so 1,87, 1,88 groß. Also auch nicht der kleinste. Ich hätte jetzt natürlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich am liebsten natürlich Chilini hier außen gehabt. Ja, passt aber jetzt nicht wegen den Links, weil hier der El Saar, der will noch einen Link haben. Weil Chilini würde mir auf den Außen noch einen Tick besser gefallen und Benatja für die Mitte wäre natürlich ein bisschen besser. Aber naja, so passt das auch. Ich meine, er ist jetzt auch nicht langsam mit seinen 74 Pace. Dann Ramos, wie schon gesagt, ich denke für eine Dreierkette sehr ordentlich. Mit einem 80er Pace, trotzdem 84 Defending und 86 Heading. Ja, High-Medium Workrates. Ich habe es bei ihm, glaube ich, gar nicht so krass gemerkt, deswegen passt das. Die Rossi, gar keine Frage, einfach einer der zwei besten ZDMs im Spiel. Zwar nicht viel Pace, aber er kann sogar schießen, passen und halt defenden und Heading. Plus dazu noch sehr gute Workrates. Machisio, dann der auch mal, der mit nach vorne gehen kann. Mit seinen 79 Pace, 78er Schuss, 83 Pass, 83 Dribbling und halt trotzdem ganz ordentliche Defense-Werte. Und halt High-High Workrates, das heißt, der rennt über den ganzen Platz. Die Maria habe ich mich entschieden, vor allem wegen seinen Workrates hoch, hoch. Mit halt auch mal mit nach hinten arbeitet. Das kann er durch seine Größe auch machen. Also er ist, glaube ich, so 1,80 groß rum, circa oder noch größer. Eigentlich ist er doch 1,83, aber dieses 5,11 ist doch, glaube ich, nicht 1,83, oder? Also ich weiß, dass da vorne die Jungs 1,83 sind. Okay, das wäre 6,0. Hm, naja, keine Ahnung, ist ja auch Latte. Er ist auf jeden Fall nicht so ein ganz kleiner Flow, deswegen passt das. Dazu Linksfuß auf rechts, 78er Schuss, 83er Passwert und 86 Dribbling. Vier Sterne Skill-Moves, zwei Sterne Weak Foot, das geht klar. Also Weak Foot ist natürlich nicht so hübsch, aber er hat ja einen Linksfuß auf rechts. Dann der erste, ja, der zweite in Form, El Saar. Und ja, der sieht auch richtig super aus für so einen linken Mittelfeldspieler. 82 Pace sollte reichen, Medium, Medium ist sozusagen wie High-High, also kann man so fast gleichsetzen. Ist ähnlich, sagen wir mal so. 82er Pace, wie gesagt, sollte reichen. 71er Schuss, sehr gut. Rechtsfuß auf links, also sehr gut meine ich jetzt vor allem für einen linken Mittelfeldspieler. Wenn das jetzt ein Stürmer wäre, dann wäre es halt, ja, okay, normal, aber nicht sehr gut. 72er Pass geht klar, 85 Dribbling ist natürlich pornös. Und ja, im Allgemeinen sieht er einfach gut aus und ich habe mir gedacht, dann können wir den gleich noch mittesten. Dann hier vorne Totti, ja, die alte Legende. Er hat 53 Pace, aber ich denke mal, in der Zentrale wird er auch nicht viel mehr brauchen, deswegen, ja gut, mehr Pace ist nie schlecht, aber das passt schon. 89er Schuss, natürlich pornös, vor allem, weil er noch 5 Sterne Weak Foot hat. Dazu noch ein 90er Passwert, 86 Dribbling. Also er sieht richtig geil aus von den Werten und es haben ihn sich sehr viele gewünscht und ja, hier ist er. Und dann haben wir hier vorne natürlich noch die beiden Bomben. Fangen wir mal mit Hamdawi an. 70 Pace, das schickt schon. Medium Low Work Rate, sieht gut aus. Skill Moves jetzt nicht ganz der Hammer. 3 und Weak Foot 2 ist auch nicht so pralle. Aber ein 83er Schuss für einen Silberspieler, schon ziemlich pornös. Das ist halt vor allem der Wert, der bei ihm hier rausragt. Und ich denke mal, er ist gerade so teuer, weil man ihn halt mit El Arabi ganz gut linken kann. Und der ist natürlich dann nochmal eine richtige Hausnummer, weil der hat nochmal mehr Pace. 75, hat auch so einen kranken 83er Schuss für einen Silberspieler. Hat dazu aber auch noch 87 Dribbling und 70 Heading und hat 4 Sterne Weak Foot und 4 Sterne Skill Moves. Also der sieht schon ziemlich unnormal aus, der Kerl. Für einen Silberspieler, also das müsst ihr euch immer reinziehen. Er ist ein Silberspieler und wirklich diese Werte, vor allem was Schuss und Dribbling betrifft, sind halt schon ziemlich krank. Also das ist schon echt heftig und ich habe echt Bock die Jungs zu spielen. Ich habe natürlich noch kein Spiel gemacht. Ja, ich bin wirklich gespannt. Mal gucken, was wir für ein Rating haben, wenn wir hier aufgefüllt haben. Machen wir einfach mal Squat Builder und lassen das einfach mal auffüllen. Dann haben wir ein, boah echt, trotzdem ein 84er Rating. What the fuck? Wir haben 3 Silberspieler. Hä? Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Wieso haben wir denn jetzt hier ein 84er Rating? Ich meine, ist mir im Prinzip Latte, aber das wundert mich einfach total, weil wir haben ja 3 Silberspieler mit drin. Und da können wir doch kein 84er Rating haben. Wir haben natürlich mit Chilini, Casillas, Ramos, Di Maria schon mal 4 Spieler, die ein 86er Rating haben. Dazu dann noch 2 84er und 2 83er. Ja, okay, es könnte natürlich klar gehen. Ich will jetzt einfach mal wissen, äh, ne, hier kommt, äh, Squat Builder. Ähm, ja. Ne, ich glaube, ich lasse mal hier, ich lasse mal das mit den Einstellungen. Ich lasse mal alles so, wie es ist. So sieht das Team aus. Ich denke, es könnte sich ziemlich pornös spielen lassen. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist halt immer was Neues. Aber ich glaube, es könnte schon geil werden, vor allem nach vorne. Ich bin nur gespannt, wie es wird, wegen dem Pace. Ich meine, Pace ist nicht mehr so wichtig, das stimmt. Allerdings sind die halt alle relativ langsam hier vorne, mit 75, 70 und sogar nur 53. Wir haben natürlich relativ schnelle Außenspieler. Was heißt relativ schnelle? Da ist eigentlich auch nur die Maria relativ schnell. Er mit 82 ist natürlich jetzt nicht langsam, aber auch nicht der schnellste. Und ja, ich hoffe mal, dass man mit den Jungs hier auch mal gegen Pace-Verteidigung ankommen kann. Aber ich denke mal, das werden wir sehen. Äh, Chemistry Styles hat hier El Arabi noch keinen drauf. Ich glaube, ich würde ihm Hunter geben. Ja, ich gebe ihm Hunter. Oder Hawk. Äh, wir gucken mal Chemistry Styles durch. Äh, Hawk ist... Pace, Schuss und Heading. Stimmt. Hm. Hawk? Was hat denn sein... Oder Marksman ist Schuss, Dribbling, Heading? Deadeye-Schuss, Pass. Nee, das ist Schwachsinn. Äh, Powerhouse, Engine. Oder ich gebe ihm den guten alten Hunter, ne? Ich glaube, ich packe ihm einfach Hunter drauf. Scheiß drauf. Ich mache immer Hunter. Hauptsache Pace, ne? Ist klar. Ne, hier der Dings, der El Hamdawi, der hat ja hier Sniper drauf. Schuss und Dribbling. Joa, geht klar. Lasse ich ihn jetzt einfach erstmal drauf. Sein Dribbling ist ja auf 79 eigentlich gar nicht so schlecht. Aber lassen wir es einfach mal. Joa, so sieht das Team aus. Also ich finde, es sieht ganz nice aus. Und wie es sich spielen lässt, das werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Episode sehen. Joa, ich würde mal sagen, obwohl, obwohl, äh, nicht abwohl, sondern obwohl, wir ziehen jetzt nochmal ein Päckchen und dann verabschieden wir uns. Wenn ich denn hier noch eins kriege. So, Gold Packs und dann schauen wir mal hier so ein 7,5er, was wir da vielleicht nochmal rausruppen. Ja, ja, push dich. Und es ist Romau oder sowas in die Richtung. Ja, nur Scheiße. Okay, ich will mich immer nicht beschweren. Wir haben schon einiges Gutes gezogen. Deswegen kein Beschweren meinerseits. So, Powerhouse nehmen wir noch mit. Der Rest kommt weg. Obwohl, ne, den nehme ich auch noch mit. Aber der Rest kommt dann weg. So, und das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt das in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.